ja grüßt euch servus und willkommen hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid ja es scheint jemand gut zu meinen mit uns wir haben man kann schon sagen fast blauen himmel der nebel der hat sich jetzt die letzten zwei stunden aufgelöst und das heißt ab ins auto ab nach badwaldsee da wird wahrscheinlich nicht viel los sein da werde ich vermutlich wieder der einzigste sein aber vielleicht können wir doch noch mal eine stunde fliegen das werden wir dann sehen ja leck mich doch am arsch das gibt es doch gar nicht jetzt zehn minuten vor badwaldsee und er zieht die scheiß nebelsuppe rein das gibt es ja gar nicht jetzt wird papa aber sauer doch ja bei den sichten kann es komplett vergessen das ganze klicken so servus grüßt euch hat es echt vergessen dass so eine kacke hier ich schaue euch das mal an wieder da brauchst du nicht ans fliegen denken ich habe jetzt noch ein paar sachen zu machen am flieger und ja mal schauen so das kann ja wohl nicht wahr sein dass es jetzt wieder ein schrauber video hat das hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt wir haben hier hinten quasi unsere heizung und da habe ich mir jetzt ein aluflexrohr besorgt und das wird dann hier durchgetüttelt dass die heiße luft eben gleichmäßig im innenraum verteilt wird und nicht nur aus dem schlauch ja und alle kabel die in berührung mit dem alu rohr kommen könnten wurden noch mal extra gegen hitze isoliert so das aluflexrohr ist verlegt ist ein bisschen blöd schrauben und filmen gleichzeitig so schlauch ist verlegt sieht denke ich mal ganz vernünftig aus ob man die öffnung noch ein bisschen größer machen müssen oder nicht das werden wir dann sehen aber flug wird das auf jeden fall heute keins kannst du vergessen ist ein scheiß und ja aber ich denke mal wird auf alle fälle besser sein als vorher da kann nämlich die ganze hitze nur aus dem kleinen roten schlauch daraus und jetzt haben die ein bisschen verteilt so leute jetzt nehmen wir noch unseren müll mit und dann war es das für heute wäre schon geil gewesen noch mal eine runde zu fliegen aber hätte nicht sollen sein danke dass ihr mit dabei war alles gute und bis zum nächsten mal macht's gut ciao hier die die heizluft die heiße wir haben ja hier hinten die quasi wir haben hier hinten quasi quasi und ja dass die luft eben dass die heiße oberflug kann man leider kein machen jetzt aber ich denke mal das wird aller melle